Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Channel. Es freut mich, dass du zuschaust. Heute spiele ich einen Titel, der mich schon seit meiner Kindheit verfolgt, den ich auch gerne in einer Zeichentrickserie gesehen habe mit einem rosa-roten Tier. Und du weißt schon, was ich meine. Heute kommt Inspektor Clouseau und Paulchen Panther, der Pink Panther. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. 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 gibt es im übrigen in meinem Online-Kurs 1000 Tipps und Tricks für Keyboard und E-Orgel für fortgeschrittene Spieler. Den Link dazu findest du unterhalb. Danke fürs Zuschauen.